Uuuuuhhhhhh Hahaha 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 Bruder Maximum Ehre genommen Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen Walle meine Worte in Lines Creative, Kauf für den Ripe I Crymax OG Ihr wisst Bescheid Hey Leute, it's the Crymax U und heute gibt es weitere Episode Prop Hunt auf der Fast and Furious Map Und heute mit dabei... Schmucki Oh yeah Dann ist da noch Sam Hdicks Ich hab mir grad in die Hose gepisst Ja, korrekt, er ist auch übrigens grad im Zimmer neben mir, falls er sich später vielleicht mal eine Nackenschelle abholen muss Und Changleng Pili, aktuell Döner, äh, äh, aka Döner Ich kann schon gar nicht mehr reden Jo, servus Jo, verbrühen auf jeden Fall den Like Button Leute, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren Dann würde ich sagen, let's go mit dem Video Okay Leute, ich bin hier mit Schmucki direkt in einem Team Und wir müssen uns jetzt direkt mal verstecken, ich würde mal sagen Boah Wir haben 40 Sekunden Zeit, wenn es 6 Minuten ist, dann dürft ihr kommen Leute Und, äh, dann geht es darum, welches Team das andere schneller findet Bei Prop Hunt Oh mein Gott, Bruder Ich weiß gar nicht, wo ich mich hier verstecken ist, Leute, die Map ist so übelst geil Nein, nein, aber noch nicht, noch nicht, noch nicht, Bruder Bleibt mal noch, dreht euch mal noch weg Ja Oh mein Gott, ich hab... Ah ne, scheiße, das geht nicht Scheiße Ah Ja, 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 ja Warte mal, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr korrekt seid, gebt ihr uns noch kurz Ein, weil die Map ist so groß, ich lauf hier grad schneller ans andere Die Zeit läuft halt oben ab, das siehst du, gell, oben rechts, ne Ja Okay, okay Ihr könnt kommen Ja, ich bin auch versteckt Okay, let's go, Dürr Ach du Scheiße Let's go Ey, ich hab so ein Bummi versteckt, Bruder Ich auch Okay Siehst du mich? Dürfen wir mit Tipps oder ohne Tippsie? Ja, erstmal ohne Du musst ja erstmal so versuchen Aha Aha, Digga Aber ich kann mir schon denken, wo ihr seid Digga Oh mein Gott, oh mein Gott, die Zeit läuft Ich bin mal gespannt, welches Team schneller sein wird Ja, ja Alter, das sieht voll fresh hier aus Ja, das ist übelst geile Map, einfach Fast and Furious Filmset hier Wir sind in einem neuen Fast and Furious Film, Leute Kannst du in drei Sekunden mal jodeln? Ein, zwei, fang jetzt an zu jodeln Ich hab nichts gehört, Mann Oh So, here we go, Leute Here we go Kannst du nochmal jodeln? Du musst hören Ja, Dürr Hast du es gehört? Ja Hast du es gehört? Döner, hast du es gehört? Nein Ich hatte die gleiche Frequenz wie der Ton Ja, das hast du richtig gut gemacht Ich hab hier den Musiker bei mir im Team, Leute Ey Mein Versteck oder der Gegenstand der ich bin ist eigentlich so schlecht, aber Du erinnerst dich, was ich dir am Anfang gezeigt hab, ne? Ja, ja Bist du immer noch Ich seh dich, ich seh dich seit Anfang an Ich seh dich, ich seh euch eigentlich auch die ganze Zeit immer wieder rumlaufen Alle Jodeler Hey 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 Haha Da Da wurde mal kurz der Jodelflex rausgehauen Na, ey Hast du ihn? Nein Ja Warum schießt, warum schießt du direkt mich an? Wobei Warum schießt du direkt mich an? Der war hier, der war so Kameraständer, Digger Hey Das war so krass Ich schieß einfach und treff ihn Ja Wein mal bitte, wie traurig du bist Bist du so traurig? Nein Warte, in 13 Sekunden bin ich wieder traurig, warte So ein Ding ist das hier Also ihr seid wirklich so komplett lost, dass ihr das Schmocky nicht findet Lost? Ich hab nicht mit einem Schuss gehintet, seid nur mal leise mit Lost Lost, Lost Warte mal ab, wir gleich, wir brauchen auf jeden Fall nicht 5 Minuten um euch zu finden Digga, glaub mir, ich bin krank im Purpy Hunt Digga, ihr braucht einfach gleich schon 4 Minuten Oh man Ihr seid richtig scheiße Ich würde am liebsten tanzen, ich pfeife mal ein bisschen Nein, 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 Bruder wir wollen hier gewinnen Kann pfeifen, wir checken gar nichts, Digga Er trollt, Digga Er trollt sogar Max, erzähl doch mal über die Oder er nimmt euch wirklich die Ehre Er nimmt euch wirklich grad die Ehre Er hat gepfiffen Er hat gepfiffen und ihr checkt's nicht mal Ja, ich hab meinen Zaun ganz leise, deswegen hör ich nichts Ja, 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 pfeift doch die ganze Zeit, ihr Ich hör's nicht, mein Zaun ist da Okay, ich geb euch jetzt ne Ping, ich geb euch jetzt ne Ping, okay? Ja, ihr dürft jetzt hören Komm Guck mal, ey, 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 Kappa, du mal bitte da hinten ran bei denen Ey, die sind ja, die sind ja so lost Meine Aufnahme ist Gold Ihr seid, ihr seid so lost, äh, da ist kein Spaß Gold, Silber, Brosse, Kupfer, Heiz Da ist kein Spaß, wer Lost ihr seid Leute, wie sie da rumhüpfen, einer im Gras, einer in der Wüste Er ist oben Er ist oben Er ist sowas von oben Ey, das ist so krass, dass ihr ihn nicht findet Das ist geil, ne? Man denkt immer, ey, das sag ich nicht, das ist zu krasser Tipp Das sag ich in einer Minute Warte Ja, ne, warte, sag, wenn noch 30 Sekunden Zeit sind Dann kannst du Dann, dann können wir hier mal Tipps raushauen Komm mal, Digga, sie haben sogar den Ping, finde ich nicht Ja, ey, also, er pfeift, er den Ping Fokussiert euch mal ein bisschen auf große Gegenstände Und das ist schon wirklich ein krasser Tipp Das ist ein heftiger Tipp Man denkt nämlich immer, das Kleinste ist das Beste Aber? Anscheinend, äh, anscheinend nicht, Leute Ich glaube, das Größte ist das Beste Das ist ja, äh, geisteskrank, was hier passiert gerade Ey, warte mal Aber gerade hat's gut Ey, ich glaube, ich bin Okay, ich probiere was Freches, okay? Okay, mach Oh mein Gott Oh mein Gott Bruder, Maximum Ehre genommen Maximum Ehre genommen Noch 10 Sekunden Und er hat sogar 1.000 Leben Näch, 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 schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf Komm schon, komm schon Oh mein Gott Ihr seid so lost Doch, wir haben ihn, oder? Haben ihn? Unentschieden Oh mein Gott Ihr seid ja so lost gewesen Egal, Leute Ich würde sagen Jetzt geht's ab in die zweite Runde Und Schmocki, ich werde ihn jetzt mal suchen Und, äh, ja Also, Schmocki Wir müssen ihn auf jeden Fall schneller finden Wir werden bei Bei genau 6 Minuten werden wir rauslaufen Ich bin versteckt Okay, los geht's, Leute Also wir werden jetzt auf jeden Fall Da hab ich doch direkt mal einen Ping gehört, Digga Naja, warte Wir verteilen uns über die Map, Bruder Ich geh hier links Wie ist das beim Ping? Muss man immer ganz laut sein, oder? Ja, ja Also in 3, 2, 1 Erzähl ich eine Geschichte von mir, oder? Trinkt euch gar nicht Ich hab, ich hab gar keinen Ping gehört gerade Ja, die ersten 5 Minuten hört man auch keine Pings Doch, klar LOL, Digga, LOL, Digga Ach, wer ist denn, dass der hier grad rumschießt? Ich weiß, dass wir hier nur wissen Ich fühl dich, ich fühl dich Ich fühl dich, ich spür dich, Bruder Ey, man hört echt keinen Ping, oder was? Kannst du mich drehen? Oh, good bye Oh, nice, Schwocky, Schwocky hast es gefunden Oh, nice, nice, nice Okay, warte Lass mal den nächsten Ping mitnehmen Ich hab mich als Straße versteckt Aha Hey, was bist du, Cheng Peng Li? Zeig dich mal Also, jetzt, was für ein Gegenstand Oh, hey, hier ist er echt nicht Hä, Bruder, da war kein Ping Kannst du mich drehen? Gibt's keinen Ping, oder? Es ist kein Ping, wenn er ganz weit weg ist Ganz weit weg, okay, Bruder, da muss er irgendwo Ach, das bist du Oh, okay, ein Eiser Oh, das ist schwierig Da muss er irgendwo hier sein Hä? Bruder, ich höre in keiner Ecke keinen Ping Ich hab's gerade auch nicht Das kann doch gar nicht sein Meister, in 5 Sekunden musst du richtig Alarm machen Ja, natürlich machst du Alarm Wobei, die sind ja Also, jetzt praktisch Oh Ich hör keinen Ping, Bruder Ich bin... Hey, ich hab auch keinen Ping gehört Hä, Bruder Soll ich dann auch mal pingen? Ne, warte mal, vielleicht dahinten Ich höre auch in keiner Ecke was Ich höre auch in keiner Ecke was Ich höre auch in keiner Ecke was Ey, Digga, die Pings sind verbuggt Ja Der Arsche Peng Peng Lee lebt halt noch, ne? Ja, wir haben echt keinen Ping Der Snowchoke Hä? Was ist das denn? Wir brauchen die Pingen Easy 3 2 1 Ping Wir können ja mal ein bisschen heiß-kalt machen Ihr seid schon wärmer, sagen wir es so Ja, also ihr seid in meinem Sichtfeld auf jeden Fall mal Aber jetzt sag ich nichts mehr Ich hab echt zu bugged Ich kann auch irgendwie nicht nachladen Ja, wir haben halt, okay, wir machen Ping-Challenge, Max Wir finden ihn jetzt ohne Ping Ja, wenn wir jetzt ohne Ping die auch noch finden, dann sind wir Okay Ja, es ist ja nicht so, dass bei euch gepinkt hat vorhin, ne? Ja, aber ist okay Bei uns hat's gepinkt, ich hab das sogar gehört Ich mach, ich mach nen Ping für euch Pink Gott, danke Habt ihr den gehört? Pfeifen Soll ich mal pfeifen? Nein, pfeifen nicht Einmal pfeifen Einmal pfeifen Okay Pass auf Mach nicht mit ihm Du kannst mit deinen Lass mal in paar Ecken Bogeybombs werfen, ob wir da vielleicht jemanden finden Ohne Ping eins zu finden ist halt ekel Das ist ja fast unmöglich Ja, das ist ja kein Problem Oder versuch mal bei Proppern jemanden zu finden ohne Ping Soll ich tanzen? 5.000 Zoll Tipp Kriegt einer von euch 50 Euro V-Bucks, digga 5.000 V-Bucks 50 Euro? Oha 5.000 V-Bucks werdet ihr jetzt finden No joke No joke Komm, Bruder Mach jetzt keinen Scheiß für den Sonst bin ich... Gern? I don't know Döner, war ich schonmal bei dir in der Nähe? Ja, also einer ist praktisch sozusagen schon auf mir drauf gewesen Döner sagt nix Auf mir drauf gewesen Er kann mal 50 Euro zu verlieren, denke Ja, aber ich glaub ihr wart auch schon überall auf der Map, oder? Ja, sag doch mal an welcher Hälfte ihr seid Welcher Hälfte seid ihr auf jeden Fall Was war eineinhalb Minuten um... Okay, Döner, bist du da in der Hälfte mit dem Helikopter oder bist du auf der anderen Hälfte? Nein, Helikopter war ja schon 7 Also du bist auf der anderen Hälfte? Ja Bruder, wir müssen jetzt ein bisschen logisch denken, wo irgendwie Gegenstände zu viel vorkommen Aber ich mein die Straße, von der Straße aus Ja, ich hab ein richtiges Assi-Versteck, sag's euch Ja Es ist eigentlich unmöglich mich zu finden Also... Noch gleich eine Minute wollte ich noch anmerzen, ne? Ja, ist halt echt so Aber ja Naja Und dann pingst halt wieder Ganz falsch, der Schwarze ist ganz falsch Ich hab'n Ping Ich hab'n Ping Err, was? Du hast'n Ping? Der Schwarze ist ganz falsch Oha, oha, komm 7, 50 Euro Ich hab'n Ping Ich hab'n Ping Jaaaa 50 Euro Weg 7 Okay, okay, ich bin versteckt Ich bin versteckt, die können jetzt kommen Wir kommen, wir kommen Ich würde mal behaupten, ich hab'n ziemlich gutes Versteck, Leute Ich würde mal behaupten, mein Versteck ist, ähm... Es ist was anderes Es ist was anderes Wenn die Map mittlerweile in- und ausländisch Aber wenn man so'n Gegenstand ist, dann bewegt man sich doch so'n bisschen Oder sieht man nur dasselbst, dass man sich so komisch bewegt Nee, nee Man bewegt sich gar nicht Weil der Help, also beinah bewegt's so'n bisschen, schwankt so'n bisschen Ja, vielleicht bist du grad so verbuggt In der Ecke Oder da, wo du bist Nee, also so ganz leicht, so Atembewegung mäßig, weißt du? Okay Ah, hier ist auch niemand Aaaaah Ah... So Schön'n bisschen den, äh... Ping überdeckt Wo bist du, Max? Ich seh' dich gar nicht Ja, ich weiß auch nicht, wo du bist, Bruder Ich hoffe, du bist sicher Ich bin richtig sicher Aaaaaah Ohhhh So, der Ping, äh... Muss wieder gesamt werden Schmoki constration mal genau in diesem Ping-Tone jodeln Probier's Neeiin Äh... Jetzt, 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 jetzt. Hier war was. Hier war was. Wo, wo, wo? Ich komme. Ich komme. Oh nein, Schwocki, kommen die zu dir? Du bist mein Gehör heute. Du bist mein Gehör. Okay. So weit, so gut. Die Pauberge haben schon fast zwei Minuten verschwendet. Haben noch keinen gefunden. Warte mal, im Haus sind die Türen offen. Die Türen offen. Ja. Oh nein, ich bin im Haus. Hoffentlich finden die mich nicht. Ja, ja, bestimmt verabschst du mich. Du bist echt im Haus. Oh nein, bitte. Geh nicht ins Haus rein. Okay. Drei. Zwei. Oh. 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 Okay. Das Ding ist, ihr seid halt einfach schlecht. Ihr seid einfach schlecht. Ihr seid einfach schlecht. Ihr seid einfach schlecht, Leute. Ah. Ah. Nein. 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 Aua. Da ist er. Okay, okay. Drei Minuten haben wir durchgehalten. Was ist noch? Ein Stein? Es hängt an dir. Ja, Bruder. Schmocki, auch starkes Verstecken. Auch stark. Schmocki ist einfach wie ein Ninja getarnt. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, komm. Zweieinhalb Minuten musst du noch durchhalten. Hast du extra jetzt auch noch nicht. Ey, wo ist ein Schmocky Lee, Alter? Ach, Leute Schmocky, den né boleh Wenn ich bei dir in der Nähe Nein, mir ich hab gar nicht gehört Du warst schon Tausendmal- bei mir Tausendmal Wir sind einfach wieder lost unterwegs Das ist so süß, wie sie über Menschen nehmen Ey, hörten wir keinen Ping? Oder was macht ihr da? Warum seid ihr so lost unterwegs? Schmocki, ich will, dass du durchhältst. Ich werde Seville ablenken gehen, warte. Halt auf, Junge, ich will Seville aufnehmen. Halt sie durch, komm, komm. Wenn ich den bin, ah, ich will 50 Euro. Nee, ich krieg 50 Euro. Komm, Schmocki, du musst das durchhalten. Schmocki, gib mir einen Tipp, Schmocki, gib mir einen Tipp. Du musst das durchhalten, nein. Schmocki, gib mir einen Tipp, Schmocki, gib mir einen Tipp. Ganz kalt sagt der, ganz kalt. Ja, ja, gut, okay, 30 Sekunden nur noch. Was ist, wenn ich den find, was krieg ich? Ja, dann musst du mir keine 50 Euro zahlen. Okay, nice. Aber ich will die 50 Euro haben, deswegen jetzt hier gerade diese Maximumablenkung. Ich bin meine Tipps so unter. Ah, ich hab den. Zehn, neun, ein. Gibt's doch nicht. Max, hör auf. Ey, Max, link mich ab, das zählt nicht. Fünf, vier, drei, zwei, 5.000 He-Bucks. 5.000 He-Bucks. Leute, vergesst nicht, das Video zu bewerten, lass deinen Like da. Schaut aus. Schaut aus, das ist mein Zimmer. Das ist meine Wohnung hier, alles, aber okay. Ähm, ja, Leute, wenn Seven mir nicht diese 5.000 He-Bucks zahlt, dann dürft ihr ihn auf seinem Kanal zuspammen. Ihr wisst Bescheid. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, lasst es von dem Video gewesen sein. Bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix. Tschüss. Tschüss. Tschüss.